Ja Leute, was geht ab? Ich bin Armin. Willkommen zu meinem ersten Video, ähm, Claudine ist auch wieder dabei. Yeah, Essen ist fertig. Ja. Wir schaffen jetzt ein bisschen Duo, Leute. Und ja, abonniert den Kanal nicht, abonniert meinen Kanal, wie in meinem Partner-Namen, das ist mein Kanal. Name, elf Abonnenten, Cringe-Videos, und ja. Eigentlich nicht. Abonniert auf meinen Cringe-Kanal, Armin YouTube-Kanal, der nicht richtig versteht, weil es noch nicht. Hat niemand, ne? Ähm, oder geht auf meinen Kanal, dann geht ihr auf das Kanal drauf, dann geht ihr runter, dann steht da Ehrenmänner, da steht da erstmal beliebte Videos. Dann steht da Ehrenmänner und dann klickt ihr auf Ehrenmänner drauf, da steht dann Armin YouTube-Kanal, ne? Und dann klickst du da drauf, und dann kannst du den abonnieren, ne? Baaiaa. In Bayern, ne? Und wir werden jetzt ne Runde Duo spielen. Was für Duo? Lass gleich Duo fürs... Go what? Nee, das wird die einzige Runde auf der... Ey, lass mal neu anfangen, mach. Nein, mach, äh, anfangen in Battle Bus, das ist viel geiler. Yeah. Ja, also, Digga, dann hab ich ja dieses Video schon. Nein. Hast du mich verahnt? Natürlich. Nein, hab ich nicht, bei Seren war das schon. So. Aber bei die... Ja, Leute, das wird Armin rausschneiden. Also, bitte, das nicht sehen. In 3, 2, 1. Ja, Leute, Armin hat einen schönen Cut gemacht. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja, ich hab im Bett die Büsse, äh, eingefangen. Und, tut so, wie, dass ich im Bett die Büsse... Okay, wir gehen jetzt einfach hier. Mein erstes Video... ...auf der ganzen Welt. Ja. Und sein erstes Video auf TikTok. Nee, vier Leute, ich seh ich schon von ihr. Vier, fünf Leute gehen. Und bei mir im Lehrhaus ist direkt ne... Und oben hab ich ne blaue Chargeritsch. Aua, ich hab mein Herz gebrochen. Wegen die Arme, das war ne blauer AR. Jo, Leute, oja, Frips ist hier. Armin, du hast mein Herz gebrochen, weil du gestern kein SEX wolltest. Oh mein Gott, Leute. Du hast seinen Mom geäfft. Bei mir 15 Leute vor der Haupttür. Das ist so wie Weihnachten. Hacker, hacker in der Lobby. Hack an der Lobby. Hack an der Lobby. Wir freuen uns, denke ich, alle. Hacker ist in der Lobby. Ich hoffe, du siehst mein Leben. Hacker ist drin, guck. Den, den ich am Anfang geläte, dachte ich nicht aus. Ich bin worden. Hilfe, Hilfe. Hilfe, ich hab's gesehen. Hilfe, Armin, komm zu mir, ich bin tot. Okay, ich komme. Jetzt, wer ist es bei mir? Ich werde verlassen. Leute, die Runde wird eh schnell vorbei sein, weil ich jetzt verlassen werde, wenn ich sterbe. One. Der unten hat ein Bot. One. Pizza, Ketchup, Ananas. Der, 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 guck mal mein Leben, Mann. Entweder so ein Bot. Ehren, Mann. Also das, was mir flutscht im Bett, ne? Oh, hä, häcker. Er kann, der hat Flyhack. Er springt mit Sturzbolster. Hacker ist drin. Papa. Hä? Hä? Is that one? Guck mal mein Leben. Die Klappe hast du? Hattest du für kurz, dann sogar fliegt. Halt sind drei. Uuuuuhh Träumend! Also die ganze Nacht! Also davon träumen. Was gibt's denn hier noch Schönes? Einen schöner? Ich schiebe dich, Digga! Ey, komm! Mat, warte! Du hast eh jetzt Full HP! Du hast eh jetzt Full HP! Du hast jetzt Full HP! Und als, äh, als Entschuldigung kriegst du eine schöne Charge! Dann brücke ich doch mal nix! Och, Digga! Hä? Sepp mich nicht! Sepp mich nicht! Sepp mich nicht! Sepp mich nicht! Ein Bock! Kriegst du von mir ein Bock! Metz habe ich hast du eh mehr als ich! Ab 478 977 5908 Lambo! Oder? Ich weiß! We are 40! Oh, zwei Leute! Zehner! On me! Ich komm! Ich komm! Da ist noch nicht mehr, aber egal! Hacker! Hacker! Hacker drin! Hacker! Er trifft mich von 10.000m mit Tack und macht mir das... ein gegner stimmt doch den tod wenn die jetzt mal eine charge kriegen ich bin hier in der ecke im tot Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.